Unter dem Motto Quiz-Onkel startet die ARD eine kleine Quiz-Reihe, wobei bei jeder Sendung eine etwas andere Art und Weise der Quiz-Show betrieben wird. Das erste läuft unter dem Motto Dein Einsatz-Promi. Natürlich ist es mit dem typischen Quiz-Onkel, deswegen heißt es wahrscheinlich auch Quiz-Onkel der Blaber, als ob man den nicht schon oft genug gesehen hat. Jedenfalls kommen bei diesem Promi Dein Einsatz sieben Promis, der Lafer, Jörg Knörr, Pocher, Kock Ambring, Andrea Kaiser, Bernhard Brink und Richter Alexander Holt sind da in dieser Sendung zu Gast, bringen alle 8.000 Euro mit und quizzen sich gegenseitig. Also treten erst mal gegeneinander an und der 7. kommt halt so eins weiter und ja wurde halt ausgelost, wer gegen wen, aber weil der Pocher gegen die Kaiser verloren hat, hat er sich nochmal eingekauft, hat nochmal 8.000 Euro drauf gesetzt und ist dann in der Finalrunde gelandet, wo dann die 4 Promis, die weitergekommen sind, gegeneinander antreten und sich dann gegenseitig nominieren, bis dann halt der Rest rausriss und so und ja und dann zum Schluss wird dann das Geld nochmal verdoppelt und das Ganze wird für einen guten Zweck gespendet. Das Ganze etwas unnötig kompliziert, auch das Fragesystem, also in der ersten Ausscheidungsrunde, wo die Promis gegeneinander antreten, waren nochmal zwei Fragen. Der erste konnte sich die Frage aussuchen und dann wurden erst die Antwortmöglichkeiten gezeigt, war ein bisschen so hinters Licht, ja, hinters Lichtführspiel. Eigentlich total langweilig, der ähnlichste, der lustig war, war der Pocher, der Rest langweilig ohne Ende. Ja, in der zweiten Runde war es dann ein bisschen interessanter, weil ja dann sozusagen der Pocher da die ganze Zeit war. Naja, und dann der Pocher als erster rausgeflogen, ja, dann hatte sich die Sendung eigentlich erledigt. Also, also ich denke mal, ähm, selten so ein langweiliges Promi-Quiz gesehen, es war irgendwie nicht total schlecht. Ich meine, es ist halt so ein Quisting, da kann man mitraten so ein bisschen. Es war ein bisschen nett und unterhaltsam auch schon so, aber unnötig, unnötig kompliziert. Es fehlte an Lustigkeit, an Action, es passiert nicht wirklich was. Ja, die Fressen hat man alle schon mal irgendwo gesehen, manche Fressen kennt man gar nicht und so. Heutzutage wird alles mit Promis aufgespickt. Naja, jedenfalls, ich denke mal, die nächsten zwei Quiz-Onkel-Sendungen, die da kommen, beziehungsweise Quiz-Onkel-TV heißt es ja richtig, die Scheiße könnt ihr euch sparen. Natürlich hat die Sendung überzogen, ist nicht mal, oder, doch, ich glaube, es ist eine Live-Sendung oder so. Ich weiß nicht, natürlich hat man natürlich wieder überzogen, eigentlich sollte es bis 21.45 Uhr gelaufen sein. Naja, spare ich mir den Rest. Also wirklich eigentlich langweilige, unnötige Sendung, an sich eigentlich billig produziert. Wenn man den Pocher nie gerade lustig findet, nicht unbedingt sehenswert, beziehungsweise selbst wenn man den Pocher lustig findet, die, ja, die wenige Zeit wieder stattfindet. Also das war wirklich total schlecht und dass man hier wirklich immer für den, ja, für den langweiligen, ultra langweiligen Quiz-Onkel in Formaten nach einem anderen basteln muss. Irgendwann reicht's mal, können sie den nicht mal in Rente schicken. Das ist so ähnlich hier mit dem Lockenkopf hier, den Haribo-Fritzen, weiß ich auch gerade nicht, wie der heißt. Hier die Super-Nase. Ja, wie heißt denn der? Ach ja, Thomas Gottschalk. Ja, langweilige Sendung, der Holt hat gewonnen. Hätte man sich sparen können, ja, fast zwei Stunden, äh, ja, verschwendete TV-Zeit hätte ich was Sinnvolleres machen können. Aber, hey, ich muss es mir angucken, um im Nachhinein zu sagen, dass das scheiße ist. ARD, warum zahle ich für so einen Dreck-GEZ-Katastrophe? Ganz schlimm, aber es werden natürlich im Nachhinein jetzt wieder Leute sagen, oh, das ist ja gar keine Ahnung, das war total toll und unterhaltsam. Und den Lava, den finden wir ja so toll und den finden wir so toll und bla 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 bla. Es war langweilig, es war scheiße, es war uninteressant, es passierte fast nichts. Langatmig, unnötig, in die Länge gezogen, also. Und dann zum x-tausendsten Mal den Pelava. Wer will das noch sehen, frage ich mich. Beziehungsweise eine Frechheit, dass man für sowas GEZ zahlt. Naja. Ich werde auf jeden Fall die anderen zwei Sachen auch noch antun, weil ja ein bisschen anders gequizzt wird. Und dann werde ich darüber auf jeden Fall auch noch herziehen. Also bis zum nächsten Mal, falls ihr euch denn mein Gequatsch wieder antun wollt. Und dann werde ich das noch mal mit dem Hotel. Und dann werde ich das noch nicht noch mal mit dem Hotel. Und dann werde ich das noch mal mit dem Hotel. Und dann werde ich das noch mal mit dem Hotel. Und dann werde ich das noch mal mit dem Hotel. Und dann werde ich das noch mal mit mir. Untertitelung des ZDF, 2020